Was ist die Zahl der Krise? Wenn man nur auf die Zahlen guckt, bietet sich das natürlich an. Und zwei relevante Akteure bei der Kriege, nämlich Charles de Gaulle und Winston Churchill, haben auch immer wieder den Begriff eines Dreißigjährigen Krieges ins Spiel gebracht. Man kann sagen, okay, in beiden Fällen spielt Deutschland, jedenfalls in Europa, eine entscheidende Rolle. Und der Krieg hat in beiden Fällen auch in Ostasien stattgefunden. Allerdings, da zeigen sich dann schon die Differenzen. Der Krieg in Ostasien ist im Prinzip 1914 zu Ende, weil Japaner auf der Seite der Entente in den Krieg ziehen und die Deutschen dort keine größere Rolle spielen. Sodass also das sehr viel stärkere Gewicht des ostasiatischen und des pazifischen Raums im Zweiten Weltkrieg schon dagegen spricht, so einfach zu sagen, das ist ein Krieg. Dann kommt hinzu diese lange Zeit dazwischen, die sehr viel länger ist als sozusagen die Wirkung von Waffenstillständen oder Friedensverträgen im Peloponnesischen Krieg oder im Dreißigjährigen Krieg. Natürlich war zwischen 1919 und 1938 keineswegs nur Ruhe und Frieden. Gerade in Mittelosteuropa und Südosteuropa fanden eine Reihe von Kriegen statt. Ungarn, Rumänien, Polen gegen die Sowjets. Vor allen Dingen aber Griechenland gegen die Türkei oder umgekehrt mit gewaltigen Bevölkerungsverschiebungen. Aber wenn man das so alles zusammenzieht, dann hat man zu Unterschiedliches dabei. Und man würde auch gewissermaßen den Nazis eine zu große Legitimation ihrer Revisionspolitik geben, wenn man sagt, das ist alles ein Krieg. Eigentlich könnte man sagen, die Pariser Vorortverträge von Saint-Germain, Versailles, Sèvres und so weiter, Trianon, haben eigentlich eine Ordnung hervorgebracht, die hätte Bestand haben können, jedenfalls was Westeuropa anbetrifft und auch Deutschland. Und dass dieser Krieg dann doch wieder ausbricht, weil Hitler und die Nazis in Deutschland an die Macht kommen, hat etwas mit etwas zu tun, was gar nicht mit dem Ersten Weltkrieg wesentlich zu tun hat, sondern mit Wirtschaftsentwicklungen, nämlich der Weltwirtschaftskrise von 1929 und ihren entsprechenden Auswirkungen. In deren Gefolge gewinnen die Nazis die vielen Stimmen, nicht im Gefolge des Versailler Vertrages. Also insofern hat sich, glaube ich, diese Formel für diese Zeit nicht durchgesetzt und das auch mit guten Gründen. Und die deutsche Sichtweise hat ja immer sozusagen mit den Ordinalzahlen, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, gearbeitet. Und das hat auch eine gewisse Bedeutung, denn bei so manchen Konflikten späterer Zeit hat man gefragt, wird das der Dritte Weltkrieg, nicht? Also sozusagen dieses System, das 1, 2, 3, 4, 5, 6, hat eine höhere Plausibilität und Ordnungsanmutung gehabt, als die Zusammenziehung zu einem Dreißigjährigen Krieg. Ich glaube auch, dass hinzukommt, ganz kontraintuitiv, aber empirisch richtig, die beiden Weltkriege haben zusammen relativ weniger Opfer gekostet als der Dreißigjährige Krieg. Wenn man das Ganze bezieht prozentual auf die Bevölkerung, dann ist ein Verlust von einem Viertel bis einem Drittel der im Kriegsgebiet lebenden Menschen, wie das von 1618 bis 1648 der Fall war, was ganz anderes als die zugegebenermaßen Millionen Toten des Zweiten Weltkrieges. Also Söldner ist ein schwieriger Begriff. Im Prinzip gibt es auch noch danach, nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges und das ganze 18. Jahrhundert, eigentlich bis zur französischen Revolution, bis zur Lévé-en-Mas, Söldner-Höre. Die letzten tapferen Verteidiger des französischen Königstums sind Schweizer Söldner, die da zugange sind. Ja, man könnte sagen, die letzte Söldnerarmee in Europa ist die Schweizer Garte im Vatikan. Also das zeigt sozusagen, wie unter dem Begriff Söldner allerhand Unterschiedliches zusammengefasst wird. Was Sie im Auge haben, wenn Sie mich darauf ansprechen, ist natürlich eine frei flottierende militärische Arbeitskraft, die gewissermaßen nach Beschäftigung sucht. Und das ist ein Spezifikum des Dreißigjährigen Krieges mit diesen Männern an der Spitze, die auf der einen Seite Unternehmer und auf der anderen Seite Generäle sind. Da gibt es eine ganze Reihe, welche, die es ganz allein sind, wie Ernst von Mansfeld, der immer mal wieder sein Generalat niederlegen muss, um wieder bei den Financiers zu antischamprieren. Und auf der anderen Seite jemand wie Wallenstein, der sich auf das Militärische konzentrieren kann, weil er den genialen Bankier Witte hat, der erstaunlicherweise als Calvinist und seinen katholischen Generalismus des Kaisers finanziert. Und wenn wir sagen, die stehenden Heere des 18. Jahrhunderts sind die stehen gebliebenen Heere des Dreißigjährigen Krieges, die nunmehr auf Dauer kaserniert sind und diszipliniert sind, die werden mit der Französischen Revolution und den Preußischen Reformen abgelöst durch nationalisierte Heere. Der Gedanke der allgemeinen Wehrpflicht setzt sich durch. Dann kommen wir im Augenblick zu einer Situation, wo die allgemeine Wehrpflicht tendenziell überall den Vorgaben der post-herorischen Gesellschaft entsprechend entweder ausgesetzt oder ganz abgeschafft worden ist und man sich bemüht, militärische Arbeitskraft einzusammeln. Solange das in Berufsherren der Fall ist, ist es eigentlich in mancher Hinsicht eine Rückkehr in die Konstellation des 18. Jahrhunderts, jedenfalls vor der Französischen Revolution. Dort allerdings, wo entweder Warlords in Zentralasien oder im subsaharischen Afrika gewissermaßen Leute um sich versammeln, um aus dem Krieg eine ökonomische Ressource zu machen, also um den Lebensunterhalt zu verdienen, indem man halt seine Arbeitskraft für kriegerische Zwecke anbietet, wie das im Dreißigjährigen Krieg ja auch der Fall war, oder aber gar Krieg führen, um reich zu werden, irgendwie Schweizer Nummernkonten zu füllen, dann haben wir es mit einem neuen Typus zu tun. Aber wir sollten uns nicht so ganz aufs hohe Ross setzen und sagen, naja, Ostasien oder Zentralasien und subsaharisches Afrika, sondern natürlich gibt es das auch bei uns, in der etwas schickeren Form der Private Military Companies, Blackwater, die es im Prinzip nach wie vor gibt, aber unter anderem Namen ist eines davon. Und zu sagen, Gesellschaften, die nach dem Prinzip eigentlich der Führung eines modernen Unternehmens militärische Arbeitskraft überall, also vor allen Dingen dort, wo es billig ist, Bangladesch, Sri Lanka, wo auch immer, Philippinen, anwerben, um sie einzusetzen auf den Kriegsschauplätzen. Und vermutlich hätten die Amerikaner den letzten Golfkrieg, also den letzten Krieg gegen Saddam Hussein gar nicht führen können, wenn nicht die gesamte Logistik, also im Prinzip die weichen Ziele, die sie dargestellt haben, mit den auch höchsten Verlustraten, von solchen Militärdienstleistern übernommen werden. Das hat für den amerikanischen Präsidenten den großen Vorzug, dass die Gefallenen dieser Art nicht auf seinen Rechnungen auftauchen, sondern irgendwo anders verbucht werden. Insofern begegnen wir in sehr unterschiedlicher Form einer Wiederkehr dieses Typs. Vielleicht kommt noch ein dritter dazu. Man könnte sagen, die internationalen Brigaden des Dschihadismus. Sowohl Al-Qaida ansammeln aus aller Herren Länder als auch dann der sogenannte islamische Staat, die mit einer Idee entweder des Feindes oder der Wiederherstellung des Kalifats diese Leute geholt haben und sie gewissermaßen als Söldner versorgt haben. Und die diese Idee des transnationalen Kämpfertums ja auch durchgesetzt haben, bis hin zu unserem Sprachgebrauch. Wir sagen ja heute nicht mehr, wie wir das vor 15, 20 Jahren noch getan hätten. Aha, ein Libanese, ein Türke, ein Syrer, ein Iraker. Sondern wir sagen, oh Gott, ein Muslim. Und das ist ein später Sieg Osama Bin Ladens über den sonst so stolzen Westens. Ja, in mancher Hinsicht, weil häufig sowohl die Franzosen als auch die Briten als auch andere diese Kriege nicht mit eigenen Truppen, die aus dem Mutterland dorthin geschickt worden sind, sondern mit in den Kolonien rekrutierten Gruppen oder befreundeten Indianerstämmen geführt haben, die sozusagen die Proxys des 18. Jahrhunderts wären und bei den Ehrzahlungen eine Rolle spielen, während im 20. Jahrhundert ideologische Nähen eine Rolle gespielt haben. Wichtig dabei ist, glaube ich, auch noch festzuhalten, dass die Entstehung des Kriegsvölkerrechts, also die Regulierung des Krieges, eigentlich auf Europa, und zwar auch hier das christliche Europa, denn die Türkei war nicht ein Bestandteil der westfälischen Ordnung, beschränkt blieben. Und dass man gesagt hat, na, also die Kriege gegen die Wilden oder jedenfalls diese Leute da in den Kolonien, die werden nach völlig anderen Prinzipien geführt als die innereuropäischen Kriege. Man kann das noch in der Hagerlandkriegsordnung sehen, wo die Briten sich ausbedungen haben, dass sie in ihren Kolonialkriegen Dum-Dum-Geschosse verwenden dürfen. Dum-Dum-Geschosse zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine instabile Flugbahn haben aufgrund bestimmter Einkerbungen in dem Projektil und beim Auftreffen auf den menschlichen Leib besonders tiefe Wunden reißen, die eigentlich nicht nötig sind, um jemanden außer Gefecht zu setzen. Aber die Briten haben gesagt, ja, also diese Wilden, mit denen wir zu tun haben, die wissen nicht, dass wenn sie verwundet sind, sie aus dem Gefecht ausscheiden sollten. Und deswegen brauchen wir Dum-Dum-Geschosse. Und eine der Diskussionen im Übrigen des Ersten Weltkrieges ist der deutsche Vorwurf immer wieder an die Briten, ah, sie hätten dann doch Dum-Dum-Geschosse in Europa an der Westfront eingesetzt. Und deswegen seien es alles notorische Kriegsverbrecher, während die Briten über die Deutschen ihrerseits ihre Gefichten von Kriegsverbrechen erzählen. Die Hoffnung war, dass nach 1918 beziehungsweise 1945 mit dem Völkerbund respektive der Vereinten Nationen eigentlich dieses europäische System erweitert, um die Vorstellung des Kriegsverbots allgemein durchgesetzt wird. Das ist nicht gelungen. Ich glaube schon, dass es einen deutlichen Unterschied gibt. Der erste ist genuin politisch, denn was Korea, was Vietnam anbetrifft, was Angola anbetrifft, gab es sozusagen politische Patrone, die dann letzten Endes auch Verhandlungen geführt haben. Wenn sie hingegen Kriege ins Auge fassen, bei denen man gar nicht so genau weiß, wer ist denn die Gegenseite, wer ist denn da verhandlungsfähig und sind die Verhandlungsergebnisse auch so, dass die kollektiv bindend sind für alle, die daran beteiligt sind, dann zeigt sich hier schon die Differenz. Und dass diese Kriege oft immer weiter, 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 weiter gehen, hat auch damit was zu tun, dass die sich wechselseitig nicht trauen und nicht zutrauen, Friedensschlüsse, die verbindlich sind, herzustellen. Es kommt aber noch ein weiterer Unterschied hinzu, und das ist der der Ökonomie. In den Stellvertreterkriegen lieferten im Prinzip die USA und die NATO, respektive die Sowjetunion und der Warschauer PAK, so etwas wie eine Ideologie, Waffen und Geld. Das heißt, sie hatten letzten Endes die Möglichkeit, auf die in anderen Gebieten, in den peripheren Zonen, Kriegführenden einzuwirken. Das haben wir heute nicht mehr. Diese Akteure stehen nicht mehr unter irgendeiner Kontrolle. Sie sind nicht auf Geld angewiesen, weil sie offene Kriegsökonomien haben, durch die Koalition von Warlords mit der international organisierten Kriminalität, also den Handel mit illegalen Gütern. Rauschgift ist da ein besonderer Punkt, aber das können auch Diamanten sein oder Edelhölzer, vor allen Dingen auch Frauen. Was dagegen spricht, dass wir sagen, okay, wir landen einen harten Schlag gegen sie, indem wir alle das, was wir für illegal erklärt haben, liberalisieren und zulassen, und dann sinken die Preise. Es gibt sozusagen Grenzen, die wir da nicht überschreiten können. Und diese Offenheit der Kriegsekonomien, gewissermaßen die Verbilligung der Kriegsführung auf deren Seite, führt dazu, dass die tendenziell in die Schattenkanäle einer globalisierten Weltwirtschaft eingelassen sind und darin sich munter entwickeln und fortzeugen. Und dass es niemanden gibt, der sagt, jetzt ist aber gut, nicht? Und wir haben mit der Gegenseite, also Washington oder Moskau oder wem auch immer, ausgehandelt, dass da jetzt Waffenstillstand herrscht. Und dann herrschte bei den Proxivors auch Waffenstillstand. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Und das ist, denke ich, eine der fundamentalen Veränderungen. Man kann sagen, Krieg hat sich aus einem Mittel der Politik, im Sinne der Durchsetzung von Interessen oder geostrategischen Vorstellungen, verwandelt wieder in eine ökonomische Ressource. Diese Akteure leben vom Krieg. Und wenn sie das über Jahre und Jahrzehnte tun, dann können sie auch nichts anderes als vom Krieg leben. Das heißt, das große Problem ist, wie dankt man sie ab, nicht? Man kann einen Frieden schließen, aber was macht man mit den Leuten, die nichts anderes können, als Gewalt anzuwenden? Das Deutsche würde man sagen, man verwandelt sie in Beamte, nicht? Beamte sind eher friedfertig und müssen sich auch nicht um ihre Zukunft sorgen, weil der Staat für sie sorgt. Aber das kann ja keiner bezahlen. Also ist das ein vielleicht schöner Vorschlag, ein effektiver Vorschlag, aber einer, der nicht finanzierbar ist. Das ist das, was wir mit der Nachricht verletzen. Das ist das, was wir mit dem Anerkennung. Und wenn wir mit den Anerkennung, wir müssen uns die Anerkennung, Untertitelung des ZDF, 2020